Moin auf meinem Kanal zu einem weiteren Video. Ja, in diesem Video möchte ich mir nochmal die Gegentore anschauen, denn wer auf die Tabelle schaut, der aktuelle Tabelle der Bundesliga, der wird erkennen können, dass Werder nach Bochum-Kiel inzwischen schon wieder die meisten Gegentore hat. Von daher ist es schon durchaus interessant mal zu schauen, wie denn diese vier Gegentore gegen unseren SVW zustande gekommen sind. Und also Werder ist in der 11. Minute selber mit einem Angriff beschäftigt. Da hat Felix Agu dann den Ball an der Außenlinie. Und ja, er wird dann hier vom Ball getrennt, so wohlwollend am Rande des Erlaubten. Und dann, ja, versucht halt Gladbach einen Gegenangriff zu starten und seine Lünen spritzt dazwischen. Und diese Situation ist im Grunde genommen vollkommen harmlos. Und ja, dann entscheidet sich seine Lünen für einen Pass. Und da muss man sich schon die Frage stellen, warum trifft er diese Entscheidung? Ja, er guckt, er guckt. Und er könnte beispielsweise zurückpassen zu Michael Cetera, also den sicheren Weg wählen. Aber er will, ja, was will er eigentlich in dem Moment? Ich kann ihn das leider nicht fragen. Er entscheidet sich für einen Querpass Richtung Malatini. Ja, und der wird abgefangen. Und dann im Originalvideo beim Sportstudio Fußball könnt ihr euch dann nochmal anschauen, wie dann die Rückwärtsbewegung unserer Spieler ist. Also auch in seine Lünen, das kann man sich hier nochmal kurz angucken. Braucht viel zu lange, um selber dann zurückzulaufen. Und der spätere Torschütze kann dann hier wirklich in die Mitte laufen und hat keinen Gegnerdruck. Und dann kommt es halt zu dieser Abfälschung durch Leonardo Bittencourt. Und dann steht es halt 0 zu 1. Dann haben wir das 2 zu 0, Entschuldigung. Da wird Michael Cetera angelaufen. Und er entscheidet sich für einen Pass. Ich weiß nicht, wen er hier anspielen will. Leonardo Bittencourt, glaube ich. Und der Pass gerät zu kurz. Und der Glattbacher will den Ball im Tor unterbringen. Das missglückt aber. Und dann fliegt der Ball auf die rechte Außenseite. Und mein Eindruck ist im weiteren Verlauf, dass unsere Spieler überhaupt nicht begreifen, dass das überhaupt keine Idee davon haben, dass das irgendwie gefährlich werden könnte. Ja, der Glattbacher läuft zum Ball, passt direkt in die Mitte. Und keiner fühlt sich für diesen Spieler verantwortlich. Und dann kommt halt eben auch noch Pech dazu, dass Marco Friedl den Ball so abfälscht, dass er ins Tor kommt, ins Tor rollt. Und dann steht es halt 2 zu 0 für Glattbach. Und dann haben wir das 3 zu 0 für Glattbach, das sich aus einem Einwurf für unseren SVW ergibt. Ein Konter, den Glattbach natürlich recht gut zu Ende spielt. Aber wir werden sehen, dass unser SVW in Reihe die falschen Entscheidungen trifft. Und dann sind am Ende des Tages nur noch 2 Werderaner hinter dem Ball. Und ja, dann kann halt Glattbach das 3 zu 0 schießen. Also Weiser wirft hier den Ball ein. Und dann kommt Justin Jinma an den Ball. Und entscheidet sich, eine Flanke zu schlagen. Und die wird abgefangen. Und dann, wenn ich das richtig sehe, geht hier dann Marco Friedl auf diesen Mann, der ihn dann aber überköpft. Und findet einen Spieler, einen Glattbacher Spieler, der direkt Tempo aufnimmt. Und dann passiert der zweite Fehler. Amos Pieper. Ja, versucht hier diesen Spieler zu stoppen und bringt sich damit vor dem Ball, weil jetzt ein Pass folgt. Und tatsächlich ist dann kein Spieler mehr vor dem Ball, sodass Malatini und ich glaube Leonardo Bittencourt nur noch hinterherlaufen können. Und was dann passiert, haben wir alle gesehen. Dann steht es halt 3 zu 0 und das Spiel ist sowas von gelaufen. Ich habe doch nach dem Leverkusen-Spiel noch ein großes Lob ausgesprochen. Darüber, dass unser SVW in der Lage ist, offensiven Fußball zu spielen und dabei Umschaltmomente zu vermeiden. Schreibt mir in die Kommentare, wie das einzuordnen ist. Also ist das jetzt, das müsste man ja im Grunde genommen als Schritt einstufen. Keine Ahnung, wie sowas sein kann. Also es gibt Diskussionen darüber, auch hier auf meinem Kanal, ob der Kader letztendlich zu dünn ist und so eine englische Woche dann der Mannschaft zu sehr an die Substanz geht. Ole Werner hat das ja unter der Woche verneint. Also hat ja ganz klar betont, dass unsere SVW jeweils 3 Tage dazwischen hat. Also zwischen dem Spiel am letzten Wochenende in der Bundesliga, dann dem Pokalspiel und jetzt dem Spiel gegen Gladbach. Also das ist diskussionswürdig. Das ist auch eine der großen Fragen, die sich mir stellen nach diesem Spiel in Gladbach. Wie kann das angehen, dass unser SVW ja schon nach zwölf Minuten dann 2 zu 0 hinten liegt. Ich habe ja schon die These aufgestellt in meiner Reaktion, dass es Gladbach gelungen ist, ja die Taktik oder die Spielweise unseres SVW auszubremsen. Schreibt mir dazu auch gerne in die Kommentare. Und dann werfen wir noch einen Blick auf das vierte Gegentor. Es sieht auch völlig harmlos aus. Also die meisten Spieler befinden sich halt im Mittelfeld und dann passiert das, was eigentlich nicht passieren darf. Ein glattbarer Spieler, hier links im Bild zu sehen, setzt zum Sprint in die Tiefe an und kriegt den Pass dann auch aus. Das ist glaube ich Kleindienst. Und dann möge man mal bitte da hinschauen, was Marco Friedl dann macht. Marco Friedl hört auf zu laufen. Und es sind am Ende des Tages zwei Gladbacher frei vorladen. Und einer von den beiden schiebt dann ein und dann steht es halt 4 zu 0 für Gladbach. Das sind alles Dinge so, da habe ich gedacht, das hat Werder abgestellt. So und dann, ja, der Vollständigkeit halber schmeiße ich auch noch, werfe ich auch noch einen Blick auf das einzige Tor, was wir erzielt haben. Da muss man ja auch mal einfach wohlwollend sein. Marvin Duxchia im Begriff die Flanke zu schlagen und die ist natürlich perfekt getimed, keine Frage. Und dann kann halt Kicketop einfach den Fuß reinhalten und dann steht es 4 zu 1. Ja, liebe Leute, liebe Werder-Fans, schreibt mir in die Kommentare, was ihr glaubt. Wie ist so ein Auftritt zu erklären? Also wie sind auch diese Gegentore zu erklären? Ist das wirklich mit mangelnder Fitness zu erklären? Oder also ich habe da eine andere Vorstellung. Also ich folge da Ole Werner vor dem Gans. das kann nicht sein, dass eine Bundesliga-Mannschaft andere Mannschaften, die haben einen etwas breiteren Kader, klar, keine Frage, die haben dann halt irgendwie 28 Spieler im Kader. Aber man muss natürlich auch sehen, Werder sortiert ja Leute auch aus. Leon Opitz, der jetzt in der dritten Mannschaft, in der U23 spielt. Dann haben wir Navigator, der ja auch keine Rolle mehr spielt. Und dann hat man jetzt Isaac Ordon in die U23 beordert. Also Ole Werner oder wer auch immer dünnt den Kader aus und also wir haben im Grunde genommen, es gab keine, kaum eine Möglichkeit, das habe ich auch gestern schon gesagt, in meinem Video, normalerweise hätte Ole Werner schon in der ersten Halbzeit reagieren müssen. Denn es war ganz offensichtlich, dass Gladbach mit dem Pressing, das sie auf den Rasen gebracht haben, so einen Druck erzeugt und so eine Verunsicherung auslöst bei unserer Mannschaft, dass sie überhaupt nichts mehr nach vorne ging. Und da hätte meines Erachtens Ole Werner wesentlich eher reagieren müssen. Er hat dann zur Halbzeit reagiert so und es gibt auch einen Kommentar auf meinem Kanal, da diskutieren wir halt auch die Frage, liegt es wirklich an der Fitness der Mannschaft, liegt es daran, dass sie jetzt eine ähnliche Woche hatten oder liegt es einfach auch daran, dass das Spiel unseres SVW gewissen Abläufen folgt, die auch gegnerische Trainer erkennen können, liebe Werder-Fans. So und wer in der Lage ist, sich dieses Spiel nochmal anzuschauen, der also das Zoom-Abo hat, das habe ich nicht, der kann vielleicht erkennen, dass also unsere SV Werder-Bremen hat ja eine bestimmte Art und Weise von hinten heraus zu spielen. So und da gibt es letztendlich zwei Optionen, entweder über die Außen, also entweder rechts über Weiser und Malatini oder links über Pieper beziehungsweise Jung und Agu. So und dann ist normalerweise der Weg, dass der Innenverteidiger, also beispielsweise nehmen wir mal auf der linken Seite Jung oder Pieper spielt Agu an und läuft dann in die Tiefe und ein Agu spielt dann halt Jung wieder an. So und so hat man sich dann halt irgendwie aus der aus dem letzten Drittel herausgespielt. Und das, was ich beobachtet habe, ist, dass genau das Gladbach verhindert hat. Die haben nämlich dann immer den Innenverteidiger, also entweder Pieper oder Jung oder auf der anderen Seite auch Malatini zugestellt, sodass der Außenbahnspieler Weiser oder eben auch Agu auf der linken Seite den Innenverteidiger nicht mehr anspielen konnten. So. Und das andere Problem, was ich gesehen habe, das ist nämlich der zweite, wie ich den Werder regelmäßig wähle, dass sie dann über Michael Zetterer Pässe ja, auf Höhe der Mittellinie oder etwas dahinter spielen lassen und dann einen Werderaner, Arvin Dux oder auch einen Leonardo Bittencourt, je nachdem, wer dann halt da im Raum steht, diesen Ball annimmt und dann weiterleitet und auch das hat Gladbach extrem gut verhindert. So und dann ist das Spiel nach vorne, das ist meine Beobachtung unseres SVW tot. Und daran hat kurzfristig dann etwas ändern können, dass Ulle Werner dann zur Halbzeit gewechselt hat. Er hat dann nämlich Höhen gebracht, der ein bisschen mehr Dribbelqualitäten hat und auch darauf hat dann der Trainer von Gladbach reagiert durch Auswechslung und dann wurde das auch wieder schwieriger. So gut, dann hat Ulle Werner noch mal offensiv gewechselt, hat dann Justin Jimmer, der keinen guten Tag hatte, für den vielleicht ein Startelf-Einsatz auch zu früh kam, hat dann Kierke top gebracht und dann ging es ein bisschen besser. Aber da war das Spiel natürlich auch gelaufen. Gut, dann gibt es natürlich dann halt eben den Kontor zum 4-0. Also es ist glaube ich schon wichtig, dass wir nochmal darüber diskutieren und darüber sprechen, was ist eigentlich die Ursache für so einen Einbruch. Ist die Ursache für diesen Einbruch gegen Gladbach eventuell auch, dass man sich seiner selbst zu sicher war, dass man so ein Pokalspiel letztendlich auch schön redet, das war ja ein glückliches weiterkommen, das muss man ja einfach nochmal betonen, das war ja nicht ein souveräner Auftritt gegen Zweitligisten, der ist im Übrigen jetzt am Wochenende gegen Braunschweig, wenn ich richtig weiß, steht Braunschweig halt auch unten drin in der zweiten Liga, ist Paderborn nicht über 0 zu 0 hinausgekommen. Schreibt mir in die Kommentare, also wir werden halt da nochmal das ein oder andere Gespräch führen müssen, denke ich, weil es ist keinesfalls so, wie Ole Werner sagt, dass die Mannschaft schlecht performt, sondern das hängt ja auch immer davon ab, welche Alternativen habe ich als Mannschaft, wenn Plan B beispielsweise nicht funktioniert, dann sollte ich eigentlich als Mannschaft einen Plan B oder einen Plan C haben. so, gut, natürlich muss man konstatieren, dieser Fehlpass von Sene Lünen oder Lienen und von Michael Zetterer, die sollten eigentlich nicht passieren, gut, Fußball ist ein Fehlersport, das ist auch wahr und ja, wenn du natürlich dann mit 2 zu 0 zurückliest und dann kein Spielglück hast, wie das in anderen Spielen der Fall war, dann geht halt so ein Spiel halt eben 4 zu 1 für Gladbach aus. Das Einzige, was mir ein bisschen Sorge macht, dass Gladbach ja letztendlich tabellarisch auf Augenhöhe ist und dann so ein klarer Sieg? Schreibt mir in die Kommentare und dann sehen wir uns zu weiteren Videos. Bis dahin, tschüss.